Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Natürlich wollen wir auch beim Samsung Galaxy S9 und S9 Plus schauen, wie sich die beiden in den wichtigsten Benchmarks schlagen und wie warm sie dabei werden. Normalerweise kommt das Benchmark-Video bei mir ja immer vor dem Review, aber ich habe es euch schon im Einrichtungsvideo zum Galaxy S9 gesagt. Es gab eine Sperrfrist, die eben unter anderem das Veröffentlichen von Benchmark-Ergebnissen untersagt hat. Die ist jetzt allerdings vorbei und deshalb wollen wir heute schauen, wie sich die beiden neuen Samsung-Flaggschiffe gegen den Vorgänger, also das Galaxy S8 und den aktuellen Benchmark-Champion, sage ich jetzt einmal mal, das Apple iPhone X hier ganz rechts schlagen. Vorab das Übliche, ich habe alle vier neu hochgefahren, wir haben auf allen Vieren keinerlei laufende Apps. Ich zeige euch das auch mal hier beim iPhone, also die Bedingungen sind wirklich identisch. Alle sind im gleichen WLAN-Netzwerk, überall die aktuellste Software drauf, also zumindest das aktuellste für meine Geräte verfügbare Updates. So muss man das bei Samsung ja immer sagen. Also ich habe wirklich versucht, die Bedingungen identisch zu gestalten und damit würde ich sagen, starten wir jetzt auch und zwar im Geekbench 4-Benchmark. Immer noch mein Lieblings-Benchmark, weil das in meinen Augen der ist, der am Plattformunabhängigsten ist. Ja, jetzt würde ich sagen, starten wir das Ganze hier. RunCPU-Benchmark, RunCPU-Benchmark, RunCPU-Benchmark Der neue Geekbench 4-Benchmark, der eigentlich gar nicht mehr so neu ist, braucht ja jetzt immer etwas länger. Insofern sprechen wir noch mal kurz über die wichtigsten technischen Daten, beziehungsweise ja Prozessordaten. Hab ich ja oder habt ihr ja eben hier schon gesehen, das liest der Geekbench-Benchmark mal gut, mal weniger gut aus. Wir haben bei den beiden hier natürlich den gleichen Prozessor. Das ist der neue Exynos 9810, ein Octa-Core mit maximal 2,7 GHz und dann 4 GB RAM beim S8 und S9 natürlich. Und beim S9 Plus haben wir 6 GB RAM. Hier beim Galaxy S8 hingegen haben wir 4 GB RAM und noch einen älteren Prozessor, nämlich den Exynos 8895, ebenfalls Octa-Core mit 2,3 GHz. Ich habe jetzt drauf verzichtet, weil ich weiß, dass das wieder einige Fragen werden. Ich habe bewusst drauf verzichtet, jetzt auch noch mal das Galaxy S8 Plus hier daneben zu legen. Ja, weil es da überhaupt keinen Unterschied gibt. Die unterscheiden sich ja nicht mal im RAM irgendwie. Also haben wir genügend Videos zugemacht und gesehen, dass die Benchmark-technisch beide immer gleich abschneiden. Insofern habe ich mir das dieses Mal gespart. Und beim Apple iPhone X haben wir natürlich Apples A11 Hexacore-Prozessor, der Bionic, Apple A11 Bionic. Genaue Taktrate weiß ich immer noch nicht. Ich glaube, die liest Geekbench auch immer noch falsch aus. Aber hier haben wir auf jeden Fall 3 GB RAM. Ja, jetzt sind wir so bei 50% bei den beiden hier. Die sind echt schnell, wenn ihr das mal vergleicht hier mit dem Galaxy S8. Ich spule jetzt mal vor und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn alle vier Geräte fertig sind. Wobei eine Sache ist mir aufgefallen, beziehungsweise möchte ich euch sagen, ihr könnt hier jetzt ganz gut die Weißwerte miteinander vergleichen. Von den dreien hier, ich finde vor allem Samsung intern ist das ganz interessant und natürlich mit dem iPhone X, was meiner Meinung nach für ein OLED-Display immer noch den besten Weißwert hat. Da würde ich sagen, sieht man, der Weißwert ist bei den beiden hier etwas besser als beim Galaxy S8. Das ist so einer dieser minimalen Unterschiede, die ich gemeint habe. Da im Review, aber ich finde ihn hier eben immer noch besser. Es kommt jetzt auf der Kamera sowieso nicht richtig rüber. Ja, Stichwort Weißabgleich. Aber egal, ich wollte es noch mal kurz gesagt haben. Damit bin ich jetzt still und wir spulen vor und sehen uns dann gleich mit den Ergebnissen wieder. Und ich glaube, ihr habt es gesehen, das iPhone X war als erstes fertig, dann folgten relativ bald, ich würde mal sagen so eine halbe Minute später, die beiden hier. Und das Galaxy S8 hat doch eine ganze Ecke länger gebraucht und das zeigt sich dann auch deutlich in den Werten. Wir vergleichen jetzt erstmal hier die drei. 3720, 3789, 2014 im Single-Core-Score. Das ist ein riesiger Unterschied. Aber selbst hier ist das iPhone X noch einen Tick besser. 4243. Multicore-Score 8831, 9020 ist auch ein riesiger Sprung im Vergleich zu diesen 6788 vom Galaxy S8. Aber auch hier wieder 10488 und das mit zwei Kernen weniger. Das ist schon mal auf jeden Fall eine Ansage. Aber ich glaube, wir haben hier gesehen, der Sprung ist auf jeden Fall deutlich im Geekbench 4 Benchmark. Mal schauen, wie es dann so in den anderen Benchmarks aussieht. Weiter geht es jetzt mit dem AnTuTu Benchmark. Ich habe jetzt nur mal schnell bei den beiden schon die Werte zensiert, also die alten Werte, damit es hier nicht komplett langweilig wird. Aber ich wollte euch einfach diese neue Version zeigen. Die Version 7.0.5 hatten wir hier überhaupt noch nicht auf meinem Kanal, die jetzt unter anderem hier die Akkutemperatur standardmäßig ausliest oder die Prozessorlast. Da sehen wir, das ist hier alles relativ gleich. Klar, der Prozessor ist jetzt entspannt, nur vorher haben wir eben diesen Geekbench 4 Benchmark ausgeführt. Das haben wir hier noch nicht. Also für iOS ist die aktuellste Version, Version 6.3. Das tut mir leid, aber da kann ich nichts dafür, dass AnTuTu die Version einfach nicht updatet bzw. noch nicht geupdatet hat für das iPhone. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, inwiefern man dann die Werte überhaupt miteinander vergleichen kann. Wir werden jetzt einfach mal schauen, was das Galaxy S8 so schafft. Das hat mit der alten Version, also mit der Version hier, so um die 170.000 Punkte geschafft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mal schauen, ob sie auch das Punktesystem irgendwie geändert haben. Jetzt aber genug erzählt. Ich würde sagen, wir klicken hier mal auf Test beim Galaxy S9. Dann auch nochmal hier erneut testen beim S9 Plus. Test beim Galaxy S8. Ist jetzt, wie gesagt, ein neues Update bzw. ich habe die neue Version hier erst installiert, deshalb müssen hier noch die Resources verifiziert werden. Und natürlich, ha, ich habe nur bei einem vergessen, es zu muten, wobei beim Galaxy S8 könnte... Ja, okay. Zwei. Ich nehme alles zurück, aber ey, zwei von vier, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Der Benchmark läuft hier jetzt also auf allen vier Smartphones. Ihr seht schon, der sieht hier komplett anders aus. Also ich glaube, hier müssen wir das iPhone X dann vermutlich ausschließen und einfach warten, bis da mal ein Update kommt. Ich lasse ihn jetzt mal trotzdem laufen. Aber ich glaube, da kann man eher die drei besser miteinander vergleichen. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt, vor allem, ob sie auch das Punktesystem irgendwie geändert haben. Werden wir ja dann beim Galaxy S8 sehen. Und ja, ich finde, das sieht alles schon ganz cool aus. Ich habe mir den natürlich vorher auch mal angeschaut, den neuen Antutu Benchmark. Sehr, sehr schick gemacht. Jetzt soll der dann bitte auch bald für iOS kommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich euch jetzt noch großartig erzählen soll, weil normalerweise erzähle ich ja in dieser Antutu Benchmark-Szene immer so meine bisherigen Eindrücke von dem Smartphone, was ich eben gerade teste oder den Smartphones. Aber so das Review von den beiden, also vom Galaxy S9 und S9 Plus ist jetzt ja quasi schon online. Vielleicht könnten wir mal kurz über den Größenunterschied nochmal sprechen. Ich glaube, das sieht man hier auch ganz gut zwischen S9 und S8 gibt es quasi kaum Unterschiede. Das S9 Plus ist natürlich einen Tick größer. Für mich den perfekten Formfaktor hat immer noch das iPhone 10. Wenn ich das hier jetzt mal neben dem Galaxy S8 liegen habe oder dann eben dem S9, ist es immer noch einen Tick handlicher, einen Tick kleiner. Aber das ist natürlich absolute Geschmackssache. Mir persönlich wäre nur das S9 Plus etwas zu groß. Ich würde vermutlich das S9 bevorzugen. Aber wie gesagt, absolute Geschmackssache. Noch auch nochmal zum Thema Displays. Die könnt ihr jetzt wirklich gut vergleichen, vor allem bei den drei Smartphones hier. Wie gesagt, ich habe ja im Review gesagt, der Unterschied ist kaum bemerkbar. Also vom Display vom S8 zum S9. Dabei bleibe ich auch. Aber wie gesagt, den Weißwert haben sie zumindest etwas verbessert. Ich glaube, das hat man hier jetzt auch gesehen. Der hat hier eher so ein bisschen ins rotstichige Blaustichige tendiert. Das ist immer noch der Fall, während er hier eher etwas zu warm ist beim iPhone 10. Aber das gefällt mir jetzt beim S8, beim S9 und S9 Plus besser als eben noch beim S8. Und ihr seht schon, auch hier sind die beiden schneller als das Galaxy S8. Das lässt schon vermuten, dass die Werte auch hier nochmal höher sind. Ja, ein ausführlicher Vergleich sowohl zwischen dem Samsung Galaxy S9 und S9 Plus und dem iPhone 10 beziehungsweise dem Galaxy S9 und S9 Plus und den beiden Vorgängern, also dem S8 und S8 Plus. Das folgt alles noch in den nächsten Tagen. Diese Videos sind meistens immer etwas aufwendiger als normale Videos, sage ich jetzt mal. Also in etwa so wie ein Review. Deshalb dauert das alles etwas länger. Aber seid euch sicher, das kommt auf jeden Fall noch. Wenn ihr für diese Vergleiche irgendwelche Wünsche habt, lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Ja, keine Ahnung, was ich euch noch erzählen soll. Das iPhone ist jetzt schon bei 62%. Ich bin jetzt mal still. Die werden hier noch etwas brauchen, weil mir schon aufgefallen ist, dass der neue N2D Benchmark etwas länger braucht. Ich spule wieder vor und wir sehen uns dann gleich mit den Werten wieder. Und jetzt sind alle vier fertig. Das iPhone war natürlich als erster fertig, weil wie gesagt, das ist noch die alte Version. Die neue braucht deutlich länger. Wir sehen jetzt auch die Werte. Wir fangen mit dem Galaxy S8 an. Das ist bei 200, 2227. So viel habe ich da mit der alten Version nie geschafft. Da waren es, wie gesagt, immer eher so 170.000. Heißt für mich, ja, fast 20% mehr irgendwie. Insofern kann man die Werte hier nicht wirklich gut vergleichen mit dem iPhone 10, aber eben die drei kann man gut miteinander vergleichen. 247.849, 251.327, 202.227. Das ist wieder ein riesiger Unterschied. Wieder auch hier über 20% mehr. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wie gesagt, ich finde die neue Version des N2D Benchmarks wirklich gut. Hier Temperaturüberwachung. Die Akkutemperatur beträgt 34,5 Grad. Da kann man wirklich zusehen, wie das runtergeht. Das sieht man, die beiden sind relativ identisch. Hier haben wir 35 Grad, also tendenziell etwas wärmer. Ich bin gespannt, wenn diese Version endlich auch für iOS kommt, dann mache ich das Video vermutlich nochmal oder irgendwie mit anderen Smartphones. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall mal gesehen, auch im N2D Benchmark geben sich die beiden hier keine Blöße. Zu guter Letzt wollen wir nun im GFX Benchmark schauen, wie warm die vier Smartphones unter Volllast werden. Ihr wisst eigentlich, wie das Ganze abläuft, ist ja immer gleich bei mir. Die Geräte werden nun etwa 15 bis 25 Minuten oder den Geräten wird 15 bis 25 Minuten alles abverlangt. Es kann gut sein, dass das iPhone 10 wieder eher fertig ist. Auch hier ist iOS meistens etwas schneller, so nach 10 bis 15 Minuten. Aber die drei sollten eigentlich alle ähnlich lang brauchen. Ich hoffe, 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 dass hier auf dem neuen Prozessor beim S9 und S9 Plus schon alle Tests durchlaufen. Das ist immer so eine Sache beim GFX Benchmark, weil das über 20 Tests sind, glaube ich. Aber wir sind jetzt einfach mal positiv. Ich spule wieder vor. Ihr müsst euch jetzt nicht da die ganze Zeit mein Gelaber anhören. Und dann schauen wir einfach mal, sobald das erste Smartphone fertig ist, wie warm es denn geworden ist. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Bin jetzt still, spule vor und wir sehen uns dann gleich wieder. Und tatsächlich nach etwa 10 Minuten war das iPhone 10 fertig. Wie das so immer ist beim iPhone, das ist da immer schneller, weil weniger Tests. Aber wir messen jetzt gleich mal, wie warm es geworden ist. Sollten wieder so die üblichen genau 40 Grad sein. Das ist auch so die Temperatur, die das Galaxy S8 normalerweise immer erreicht hat. 39. Je weiter wir runtergehen, desto weniger werden es. 35, wie gesagt, nur hier oben, wo der Prozessor eben sitzt, haben wir um die 40 Grad. Ich bin ehrlich gesagt echt gespannt, was das Galaxy S9 und das S9 Plus machen, denn schon beim Galaxy Note 8 war die Temperaturentwicklung ja deutlich besser, finde ich. Also bei so starker Beanspruchung. Das Galaxy S8 hingegen, das ist schon immer relativ warm. Das ist beim iPhone, das ist auch nicht besonders schlimm. 40 Grad ist nicht schlimm, aber es gibt eben auch andere, die werden maximal 35 Grad warm. Mal schauen, was die beiden hier machen. Ich bin gespannt und vor allem, was das S8 im Vergleich macht. Aber das wird jetzt noch etwas dauern. Ich denke mal locker noch so um die 10 Minuten. Deshalb spulen wir einfach weiter vor. Und jetzt nach etwa 17 Minuten sind auch Galaxy S9 und S9 Plus fertig und merkbar warm. Und was mir vor allem aufgefallen ist, habt ihr, glaube ich, auch gesehen, die Displayhelligkeit noch mal runter, obwohl sie hier auf voll steht, wurde massiv runter geregelt. Wie das so oft der Fall ist bei Benchmarks, aber ist hier nicht so stark beim Galaxy S8. Also und jetzt haben wir hier auch wieder unsere 40 Grad beim S9 Plus. Wir gehen mal runter und ihr seht, hier hat wirklich das gesamte Gehäuse, diese 40 Grad. Wir schauen mal zum S9 und da waren sogar kurz 41 Grad. Ja, also hier wirklich keine Verbesserung. 40 Grad bis runter, nur ganz unten wird es dann etwas weniger. Und jetzt nach 18 Minuten ist auch das S8 fertig, dass, wie gesagt, die Displayhelligkeit nicht so weit nach unten geregelt hat, aber das eine ähnliche Temperatur hat. Also auch hier wieder die bekannten 41, 42 Grad. Das war ja schon immer so. Also hier wirklich, ja, kaum Unterschiede, nur das mit der Displayhelligkeit. Das iPhone 8 Plus, das hat die auch immer nach unten geregelt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt beim 10er gerade gar nicht so drauf geachtet, aber ich meine, das hat es auch getan. App geschlossen. Okay. Jetzt ist hier sogar die... Ah, habt ihr diese Meldung gesehen? Ich hoffe, die bekommen wir hier jetzt auch nochmal. Nee, hier bekommen wir sie jetzt nicht nochmal, aber ich glaube, ja, klickt einfach kurz auf Pause, spult nochmal zurück und schaut euch das Ganze an. Weil da stand hier sogar, App wurde geschlossen, weil das Ding zu heiß geworden ist. Das finde ich jetzt tatsächlich interessant. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht so heiß, dass ich es irgendwie nicht in die Hand nehmen könnte oder dergleichen. Es sind halt 40 Grad. Das hatten wir hier beim S8 auch schon. Aber diese Meldung hatte ich tatsächlich noch nie, auch in den ganzen letzten Tagen, als ich das Ding getestet habe. Wobei ich auch sagen muss, das wird auch sonst nie so warm. Da kann ich irgendwie eine halbe Stunde zocken und es wird nicht so heiß. Aber ich bin gespannt. Das habe ich ja schon im Review gesagt, wie sich das dann im Sommer noch so entwickelt wird. Ansonsten können wir auch hier nochmal die Werte vergleichen. Aber keine Ahnung, ich finde die ehrlich gesagt immer relativ uninteressant beim GFX Bench-Bandenspark. Es sind einfach zu viele und wir sehen, das iPhone hat natürlich bei weitem nicht so viele Tests ausgeführt. Das soll es gewesen sein. Abschließend lässt sich sagen, wie zu erwarten war, schlagen sich auch das Galaxy S9 und S9 Plus in den bekanntesten Benchmarks wieder hervorragend. Der neue Prozessor macht sich hier definitiv bemerkbar. Aber wie gesagt, bei der Wärmeentwicklung gibt es wirklich kaum Verbesserungen. Was ich auch nochmal bemerken möchte, wenn ihr euch hier jetzt die Akkuprozentzahlen anzeigt. 72 Prozent beim S8, 73 Prozent beim S9 und beim S9 Plus sind es 74 Prozent. Also hier wirklich kaum einen Unterschied bei Belastung. Wie gesagt, im normalen Alltag hält das S9 Plus etwas länger, aber die beiden nehmen sich wirklich quasi nichts. Also ich schaffe mit den beiden identische Laufzeiten. Das bestätigt dieses Video hier ja auch nochmal ganz gut. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich bin wie gesagt echt gespannt, wie sich das mit der Wärme bei den beiden dann entwickelt, wenn es draußen mal deutlich wärmer ist. Im Sommer zum Beispiel werde ich alles im Auge behalten. Werden wir dann im Langzeittest drüber sprechen. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschau.